Eieieiei Uuuu 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 Der kleine Rolf Der Rolf wissen Uuuu 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 Hallo Leute, willkommen zurück zum Let's PvP Z-Crew Ich würde sagen, neue Lobby neues Glück Nur 4 Leute da Nun ja, wir schauen mal und hoffen was wir mithalten können Auf der L.A. Schleife So, los geht's Nö Nö Da ist mein Flugplatz rennen Ich hoffe, die Flugzeuge verhalten sich ruhig Ich möchte nicht Starten Dankes Ehhh Gut, 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 gut Gut Verkehr Meine Fresse Ich glaube, wir können jetzt durchfahren. Das ist schon mal gut. Wir sind jetzt erstmal dran. Es geht um den Flugplatz. Ich dachte schon auf den Flugplatz. Ich glaube, einer ist gerade ausgefahren. Fast die Fußgängerin. Angst. Schade, einer ist mal rausgegangen. So was ist eigentlich. Wobei es eigentlich auch völlig Wurst ist, auf welchem Platz man hier ins Ziel kommt. Wie wir ja festgestellt haben. Man kriegt immer 16.000 Bugs und 350 Ansehenspunkte. Ob man gewinnt oder verliert, ist völlig Wurst. Also könnte man ja wenigstens. Um das Geld mitzunehmen. Oder das Rennen zu Ende fahren. Scheiße. Aber wenn er jetzt davon keinen großen Täler mehr macht. Das ist noch eine Runde zu fangen. Ich muss einfach mehr riskieren. Hä? Jetzt gibt es auch heute noch ein Schwinken vor uns. Oh, 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 oh. Oh, diese Ecke. Schon wieder total bescheiden genommen. Oh, oh. Oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was war das? Aha. Jetzt doch nochmal Spannend zum Schluss. das kann das rennen entschieden haben zu vorsichtig das war okay könnte etwas werden Ich hoffe trotzdem, dass jetzt noch ein paar Leute in der Lobby beitreten, weil zu dritt ist es ja... 16.000 Bugs und 380 Ansehenspunkte, wow. So Leute, jetzt tretet bei, tretet bei, kommt herein, kommt heran. Muss ich jetzt aussuchen. Ach du Scheiße. Wir nehmen mal Straße, oder? Ohne Verkehr, na cool, irgendwie. Ne, wie komme ich denn da hin? Was ist das für eine Taste? Select oder was? Na egal. Wir lassen es einfach so. Tja, was nehmen wir an? Raptor oder GTI? Wir nehmen den Raptor. Er ist einfach besser aufgebaut. Aber leider wieder nur zu dritt. Was ist das? Hm. Hm, 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 hm. die die mit muss die 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 Schülpfe von der Spitze Oh, der kleine Wolf, der muss wissen. Oh ja. Oh nein, da war's passiert. Oh ja. Das geladet sich natürlich unter Druck. Hey aufpassen, nein. Wir fahren noch ein Rennen. Jetzt wollen wir wieder ein bisschen auf. Wir kommen an. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Man sollte ab und zu vielleicht mal auf die Minimap schauen. Aber zum Glück macht er auch gleich einen Fehler und Fehler. Das bringt uns gleich wieder eine Schlagdistanz. Dann nützen wir aus. Und gehen wieder in Führung. Oh nein! Das ist auch ein Auto. Ein Hin und Her. Es wird noch so kommen, dass der Lachende mal wieder der dritte ist. Das geht hier quer durch die Stadt. Da war es wieder. Das ist wieder mit unserer Hand. Okay. So. 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 So, jetzt rum. Das ist wirklich gut. Das ist wieder. Jawohl. Aber wenn der jetzt hier niemand beitritt, ... ...dann würde ich sagen, ... Das ist eben mal eine kurze Folge mit nur zwei Runden und ich suche eine neue Lobby. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Folge wieder. Ja, die beiden, ja, ich weiß auch nicht. Haben zwar gute Autos, aber können irgendwie nicht so ganz mithalten. Und zu dritt ist es eh irgendwie nicht so spannend. Schauen wir noch, was passiert. Ich habe noch welche beitreten jetzt direkt. Ansonsten gehe ich da direkt raus. Wir verlassen das Event. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. So, wenn es heißt, let's pay for pay the crew. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.